Ära! Ära! Sie ist mit der Hand aufgezogen, deswegen ruft sie die ganze Zeit mit uns. Also die ruft nur, solange sie uns sieht oder hört. Die ist ausgewachsen. Und es ist noch nicht die kleinste Eule in Europa. Es gibt noch eine kleinere, das ist der Sperlingskraut. Der wiegt gerade mal 70 Gramm. Dagegen ist Hera mit ihrem 160 Gramm Tanzgewicht ein richtiger Riese. Ne, den kann man nicht streicheln. Ne, den kann man nicht streicheln. Ne, das geht nicht. Guck mal. Die sind am Öhrchen, ist toll, ne? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.